Hi Willkommen zurück zu Prince of Persia Forgotten Sands. Wir sind in der Chin Stadt und haben jetzt eine neue Mission. Das heißt wir müssen jetzt in dem Raum hier diesen einen Geheimgang eröffnen und der Raum ist recht speziell weil er auch wieder mit diesen Erinnerungen arbeitet. So wie war das? Alt, rennen, springen alt, alt bin ich froh, dass das nicht ab Zeit ist. Was war denn das? Okay wir können uns da glaube ich an der Wande lang hangeln. Dann ist es simpel. Also zuallererst mal so. Dann lassen wir uns runterfallen, runterfallen und wir stellen uns hier hin und jetzt. Jawoll. Kriegen wir das hin, dass wir... Ach schade. Das wäre so cool, wenn wir das hinkriegen könnten. Wir machen vielleicht die Seite, ja. Ne, geht nicht. Wenn wir in der Wand drin stehen, dann funktioniert das nicht. Aber kein Problem. Wir gehen einfach auf die Säule hier. Dann zu der Säule. Äh. Und dann gehen wir hier hoch. Und hier durch. Und dann hier drunter. Und dann hier lang. Auch nicht schlecht. Was? Schon geschafft? Krass. Ich wusste das echt nicht mehr. Was? War das bestimmt echt abgestürzt oder was? Wir gehen den ganz sicheren Weg runter, würde ich sagen. Was? Der geht einfach kaputt hier, das geht so. Oh Mann. Komm. Renn. Und fahrst du dich fallen. Warum? Warum lässt du dich nicht fallen? Ach so. Äh. Ich dachte, er kann das im Rennen machen. Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Blaue Teile verschwendet. Da hätte ich gern wieder alle. Wenn möglich. Mehr haben wir nicht. Doch da drüben nur zwei. Da ist mir hergekommen. Da ist noch welche. Okay. Jetzt können wir aber da reingehen. Und ich wusste, dass man hier nicht einfach... Was habe ich gesagt? Nicht, dass ihr mich hörtet. Holla, Rivalvee. Äh, jetzt müssen wir so ein bisschen nachdenken. Hier hoch. Können wir noch irgendwo hoch? Nein, wir müssen nach rechts, ne? Das heißt, hier rechts... Das müssen wir... Das müssen wir so machen, wenn die Säge links ist. Sonst geht's nicht. Jetzt. Und jetzt. Da bleiben, bitte. Äh. Irgendwo muss ich mich runterfallen lassen. Ah, ja, da ist es. Gut. Das sah aber aus, als hätte ich eigentlich das schaffen müssen. Jetzt. Uff. 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 gespürt das geht nicht das geht nicht das geht nicht das ist viel zu weit das ist viel zu lang hier noch mal das war schon du wo sprichst du hin schon wieder was soll denn das springt auf das fisch dankeschön alle dass das nicht ernsthaft passiert oder jetzt warte ich bis das ding geschossen hat ich habe keinerlei Teilen mehr. Okay. Uff. Jetzt. Nein, sag was. Da mache ich jetzt kurze Steinrüstung. Aber das geht's doch gar nicht. Kannst du nicht auf den Rücken. Ich brauche mehr Zeug. Und ich würde sagen, wir holen. Schwerer Kick. Hau deine Feine mit einem stärkeren Kick längere Zeit um. Ne, danke. Wir erhöhen den Schaden, den deine Luftstiche verursachen. Flammspur. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt. Ja. Zeit-Upgrade verbessern. Dann haben wir alles verbessert. So, jetzt können wir hier rein. Die heilige Quelle. Hier entspringt die Wasserquelle der Stadt. Ohne sie wäre dieser Ort schon lang zur Wüste geworden. Ich musste bleiben, damit ich sie bewachen konnte. Wie können sie es wagen, hier einzudringen? Dann haben wir meistens für die roten Viecher wieder kaputt, wie immer. Und den nächsten. Ich werde jetzt mal keine Fähigkeiten benutzen im Moment. Weil ich brauche die blauen Mana-Bobble. Chin, Energie, Punkte, keine Ahnung. Ich werde jetzt auf jeden Fall. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder gut schบen. Ohne sie sind. Ich werde gleich wieder auf jeden Fall. Ich werde jetzt auf jeden Fall. Und der letzte Mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall bringen. Erst mal was drehen. Da ist noch eins, oder? Jawoll, jetzt sind wir mal wieder voll. So, bitte jetzt nicht rumfailen, sondern... Was mache ich denn? Ich muss doch eigentlich nur... Genau. Das ist alles, was du machen musst. Ich kann einfach warten, bis man getroffen wird. Das ist eine gute Idee. Ah, ich hör's. Hm. Immer haben wir das am geschicktesten. Weil wenn wir springen, dann springen wir in den Tod. Ah, okay. Gleiches Thema wieder. Okay, das ging jetzt besser als vorher. Das ging auch besser als vorher. Okay. Okay. Mmh. Okay. Okay, wenn ich das jetzt einschalte... Wo muss ich denn hin? Okay, ich vermute mal hoch. Na gut, wahrscheinlich habe ich ein Geheimnis jetzt vergessen. Aber das stört mich nicht. Ja, Wasserspeicher von Rehkämpen. Hm? Jetzt muss ich auf alles achtgeben. Vor allem diese Rohre, die muss man aktivieren, damit dann an den bestimmten Stellen Wasser fließt. Ohohoho. Ziemlicher Wahnsinn. Und schon wieder. Und einmal Fähigkeit. Oh. Oh. Das war die Rohre. Kommt mal. Aber noch mal. Da ist noch einer. Aber der schockt mich ständig weg. Oh Kamera. Jetzt reicht mir. Tja, das ist so. 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 Ich bin da weggesprungen. Jawoll Ah, Geier, hab ich schon vermisst? Okay Nein Hochrennen Spring auf den Geier, springen Einfrieren, springen, altrücken, einfrieren und springen Vergessen Hey, was machst du? Ich hör's hier leuchten Ups So in den Tod hopfen wollte ich jetzt leider Ich würde schon nicht mal darüber springen, könnte helfen Okay, jetzt so langsam wird's echt anstrengend, weil die Vom Kamerawinkel einfach nicht mehr so richtig passt Okay, dann war ich zu doof grad Okay Was musst du machen hier? Ein Nicht-Einbauter Oh Oh Hey Höh Mann, das Was? Wohl bei mir mit dir Ding Und so Da ist was Was? Ist hier gut? Ist hier gut? Einfach nur in einem Raum mit ein paar Vasen, okay? Kommt die aus Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Damit habe ich jetzt nicht gerechnet Gehst du jetzt, Nuf? Kletter, 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 Kletter Kletter Bring mal zurück Mh, nein Zurückspringen, keine gute Idee Oh nein Nicht schon wieder Jetzt Uff Ja gut Ja gut, mittlerweile habe ich es glaube ich raus Ach komm, ich mach mal einmal kurz so Ah Sind wir hier mal wieder Rutschpartie Hier muss ich echt alles einsetzen Das lief jetzt ganz gut Sehr gut, Sprecherung Der Schwert, das ihr sucht Ist hinter der Statue Blickt die Statue auf die Kammer Öffnet sie sich Ist das König Salomon? Ja Unfassbar, dass ihr einen Mann kanntet, der eine Legende ist Eure Legenden werden ihm kaum gerecht werden Er war ein sehr weiser, gütiger Herrscher Ihr fragtet, warum ich hier blieb Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich seine Heimatstadt nicht verlassen Noch heute Ist es für mich unvorstellbar Aber hier geht nicht fort Grazia Und Gegner Das ist kein gutes Zeichen Ach die, die haben ausschließlich nicht mehr gehabt Oh komm, ich bin nur ausgewichen Was war'n das? Oh, jetzt haben wir Letzimmerdang zum Gefei an die Schiene Ah, diese Kamera Kann sich nicht entscheiden, wen sie fokussieren soll Ach komm, grad lade ich mich auf Mach den ordentlich mal platt Ach, das gibt's doch gar nicht wie oft denn noch Jetzt Und dann wird gleich das nächste Monster fähig Oh, wir machen ganz schön gut Schaden mittlerweile Das erste Schaden Ach, vorgetrocknet Wow, vorgetrocknet energie ja es bin schon recht ich brauche zuerst energie die kunst auch um hocke nicht so lange du willst ist mir egal und wir werden mal geschwind noch der kick ist irgendwie luftbus erhöhten luftstiche verursachen wir habe ich schon lange nicht mehr benutzt aber ich muss sagen was gibt es noch flugboost das muss ich tatsächlich sogar machen ich bin echt hin und her gerissen ok dann machen wir das halt da ist doch ne wasser ok da müssen wir hin wenn er nicht auf die gegner zuspringt dann ist es echt aber die kamera ist ein witz hier trat der absolute witz kannst du nicht einfach alle warum willst du nicht auf das fisch springen da ist eine wand das muss doch gehen siehst du geht doch gleiches spiel wieder der springt einfach nicht auf den gegner zu das gibt es doch gar nicht direkt den roten kaputt machen immer den roten kaputt machen und einmal so machen jetzt nehme ich keine items mehr da vorne ist ja noch na also Ach, da ist ja noch einer, oh man, nun habe ich nicht gesehen. Jawoll. Alle weg. Okay, erst mal das hier. Und dann den hier. Oh, ein Secret gefunden. Hä? Hä? Wie will ich denn das schaffen? Dann noch mal. So. Sehr gut. Das Secret haben wir nicht gebraucht. Gut, wie geht's dann hier weiter? Ich nehme mal an, wir müssen... So. 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 Ah, das ist das Schwert. Stimmt, das war unsere Mission. Falls ein Teil von Malib noch lebt, verzeiht er es mir hoffentlich. Ah ja, mal wieder fallen. Ah, da hat er keine Lust. Ach ja. Hä? Was machst du? Bleib da drauf. Jetzt springen. Oh. Boah. Holla, die Wolfie. Wie schaffe ich das? Ist das ja klar. Ah, okay. Jetzt ist es klar. Oh. Oh. Noch eine Fähigkeit. Aber erst mal Upgrade. Schwere Kick. Ja gut, dann ist es halt so. Seid ihr bereit? Wir sollten es nicht länger hinaus zögern. Ich bin bereit. Doch mein Schwert konnte Rataj nichts anhaben. Wie kann dieses ihn oder seine Armee aufhalten? Dieses Schwert wurde dazu gemacht. Um zu zerstören, was ein Djinn geschaffen hat, braucht es die Magie eines anderen. Ich verstehe nicht. Gebt mir das Schwert. Ich zeige es euch. Kotratejen, Azaretobal. Ich weiß nicht, wenn ihr ihn besiegt. Lasst uns jetzt gehen. Könnt ihr die Armee nicht besiegen. War alles umsonst. Ja stimmt. Ne, Fähigkeiten haben wir jetzt alle. Schade. Die ganzen Krüge sind nicht mehr da. Sind alle noch kaputt. Schade, schade, schade. Okay. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich schon recht nah am Ende jetzt. Jetzt müssen wir bestimmt Malik finden. Das wird nicht so schwer sein. Jetzt kann ich sogar die Stärke der Armee spüren. Dann beeilen wir uns. Warum springst du nicht in die Richtung, die ich möchte? Danke. Oh, das war das knapp. Oh, das habe ich unterschätzt. Jetzt. Und mal wieder Gegner. Ich habe jetzt auch einen stärkeren Tritt. Aber wie war das? Was? Ich habe jetzt das. Da ist noch einer. Okay, eins, zwei und drei. Hey, warum bist du nicht gesprungen? Jetzt. Und mal wieder. Jetzt brauche ich keine dritte mehr. Okay, weiter geht's. Und mal wieder. Ihr merkt, ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, weil ich das jetzt schon endlich mal schaffen möchte. Okay, hochrennen und springen. Die Geier. Ah, da ist was. Ja komm, mir zu viele grad. Macht die die Geräusche grad? Das war aber knapp. Okay. Das war aber knapp. Puh. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Gut. Gut, das hat mir gebracht, dass ich hier hinkomme. Und das Fisch mit zwei Schlägen gerückt mache. Ja, doch, sie macht die Geräusche. Das ist so cool. Das ist der Turm des Königs. Er führt euch zurück zum Palast. Ja. Etwas einfaches wie eine Treppe habt ihr nicht für mich. Oh, natürlich. Aber meine letzte Treppe mochtet ihr wohl nicht sonderlich. Sehr lustig. Okay, weiter geht's. Ja, du sollst schon schwingen. Danke und hochrennen. Und das erscheinen lassen. Wie hab ich denn das geschafft von der Seite da hinzukommen? Kann man das einer erklären? Warum bist du nicht abgesprungen? Er ist einfach nicht abgesprungen. Warum willst du nicht abspringen? Warum springst du nicht ab? Das gibt's nicht. Ich drücke die ganze Zeit Leertaste. Es geht einfach nicht. Okay. Konzentration. Bitte. Spring. Hoch. Spring. Ein. Hoch. Spring. Hoch. Du sollst springen. Das gibt's nicht. Was ist das? Das gibt's nicht. Was ist das? Ich glaub die Stelle müssen wir nochmal machen. Die Mama nochmal. Das. Ich hab grad so viel Zeit. Zeit verschwendet. Oh nein. Ja okay. Müssen wir das ganze nochmal machen hier. Gut. Ich würd sagen wir machen jetzt eh Pause. Auch wenn ich hier grad so mega am failen bin. Meine Hände schwitzen aber schon ganz schön hey. Gut. Ja. Das war Prince of Persia for Gotten Sands. Wir sind recht nah am Ende. Aber die härteste Stelle kommt noch. Wobei ich der Meinung bin immer noch das ist härter als das was später mit den Wasserfällen kommt. Genau. Gut. Wenn's euch gefallen hat lasst ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt. Abonniert bitte. Und wir sehen uns zum nächsten Teil wieder. Ciao.